Aufnahme ist an! Mal gucken, wie es bei Overwatch aussieht. Huiuiui, ich freue mich schon. Bestimmt immer mit 5 Knives. Wir gucken mal rein. Oh Gott, Leute. Den Chat sieht man da nicht, aber ich lese vor, wer alles da ist. Azkaban, Rhodey, Sneasel, Blumi, Katan, Kredl. Mehr sehe ich gerade nicht. Der dreht ja gar nicht. Jan Stink schreibt man nicht. So was macht er nicht. Ah ja, der ist recht schnell unterwegs. Ist ein kleiner Rappenkopf. Also, ähm, ich würde jetzt schon sagen, die ersten drei ja, Adder noch. Ich meine Grief noch nicht, aber sonst alles da. Sahikusa ist auch da. Legit, der ist legit. Der Chat meint, es sind alle legit hier. Jeder einzelne. Komm, wir gucken mal in die Stats rein. Ah ja. 14-1-0. Das habe ich eigentlich auch oft. Also von daher kann man das schon mal machen. Wie aufs Krippchen, Aimbot. Der Skink hat ein gutes Headset. Früher war es immer der Gaming-Teppich. Immer. Der hat einen Gaming-Teppich oder Gaming-Unterhose. Oder Maple. Ich habe keinen Bock mehr. Gute Aufnahme. Weiter geht's. Ja, Leute. Das können wir auf jeden Fall so lassen. Übrigens, kauf bei Skinbaron ein und trinkt Holy. Sieh, du musst anzoomen. Der hat einen Revolver. Das ist Jan. Hey. Das ist, äh, Drunken, meinst du? Um es in Ghostbusters Worten zu sagen. Der hat an. Und wie werden die Worte von GeForce? Das kaufe ich ihm nicht ab. Das kaufe ich ihm nicht ab. GeForce, du bist so ein Knödel. Oh Mann, das ist ziemlich cringe. Ja, versuch's Off-Stream. Ich nehm das jetzt auch fertig. Das ist unsere Livestream-Aufnahme. Und das ist dann einfach, der Titel ist Mit euch zusammen, ein Overwatch live auf Quitsch. Das ist es. Ich gehe gleich noch auf Main. Wir gucken, wenn wir da auch noch eins an. Das ist ein Clip für TikTok. Und Sneasel entscheidet, was jetzt hier reinkommt und was nicht. Achtung, ich ziehe mich kurz aus. Ich drücke ihm Aim, Assist. Ja, ich drücke ihm Vision. Aber, mhm. Griefing habe ich nichts gesehen. War zu schnell vorgespult, leider. Ich gehe kurz auf Main-Account. Das kannst du jetzt rausschneiden. Kurz popeln. Das Knife-Give-Way ist dann ab nächste Woche offen. Also, ich denke, wir machen Knife-Give-Way am 6., 8. und 9. Wobei, ich werde einige Tage random streamen für die tolle Sache hier. Die man übrigens auch unter Aufnahme sieht. Macher. Und, ne, habe ich eigentlich umgestellt. Ja, sieht man nur im Stream. Geil. Aus Niedel, Summa kutze ich ans Nichts. Dankeschön. So, ein weiteres Overwatch. Let's go. Wir laden uns den zweiten Fall herunter. Und hoffen ganz fest auf ein tolles Overwatch. Weiß ich jetzt nicht. Da haben wir ja wirklich einen wunderbaren Fall. Ah. Wait, wait, meh. Wait, meh. Vitamine. Da läuft der wirklich mittelmäßig normal. Äh. Wisst ihr was? Den Fall kenne ich. Jetzt mal ohne Flachs. Den hatte ich... Den hatte ich schon mal. Auf Nuke mit der Slate mit genau den vier Stickern. Das kann nie im Leben, äh, 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 jemand sein, der zufällig... Oder? Da dachte ich nur, oh, da vielleicht ein Knife, aber... Ah, ja. Guck mal, da vorne hier. Husky. Der ist auf jeden Fall am Anti-Aimen. Der alte Drecksack und noch tolle andere Sachen machen. Sag bloß, das ist ein Legit hier. Stiedel, da haben wir doch noch einen tollen Fall. Mann. Hat sich hier ein Legit rein verloren? Guck mal. Ha. Gut, ist jetzt noch sehr unaussagekräftig. Aber... Vielleicht hätte er da noch nichts gemacht, oder? Guck mal. Oh, jetzt fängt er bestimmt an. Mit's gut. Jetzt fängt er an, Schlesel. Pass auf. Guck mal, der Mate. Anti-Aim. Ich hab letztens was ganz, ganz Feses gesehen mit dem Anti-Aim. Da hast du die Sicht vom Shida gesehen halt, ne? Wie er in der Third-Person rumballert. Und du siehst sein, sein wahres Ich dort, wo er sich befindet. Und wiederum das Anti-geaimte Model. Und er konnte sich damit an Kanten stellen, wo sein, wo sein Model rausgeschaut hat, aber nicht wirklich rausgeschaut hat. Du konntest so viel draufschließen, wie du wolltest. Er konnte nicht getötet und angeschossen werden. Und, äh... Ah! Oh! Bühne! Und das ist schon frech. Mama, ich bin im Fernsehen. Let's mich jetzt wieder. Alles klar, da haben wir eine Kokille mit dabei. Gut. Hier haben wir jetzt auch wahrscheinlich das Volterprogramm, nehme ich an. Also ich schlage davon aus, dass da auch Anti-Aim mit dabei ist, aber ich kann's jetzt nicht hundertprozentig konfirmen. Aber wer so auf den Boden glotzt, das muss Anti-Aim sein, noch hinzukommen. Mit auf Cash im Bühne, genau, genau, genau. Wobei der, der stimmt doch, der hat mich gekillt. Achtung kurz, mein Aufnahme-Gesicht. Ja, Leute, da würde ich ganz fest, der A-Bus ist drücken, Vision Assist und natürlich auch, falls ihr andere Meinungen habt, haut die gerne in die Kommentare, aber wer sagt, der stinkt, wahrscheinlich. Oder der füllt die Textur vom Boden toll. Kann auch sein, ja. Äh, ja. Weg mit dem dreckigen Sack. Wir sehen uns dann im nächsten Video in hoffentlich zwei Tagen. Äh, ja, oder im nächsten Livestream. Heute Abend, Freitag, 20 Uhr. Es wird geschallert, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr seid dabei. Äh, later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.